Dass das teilweise bei praktischen Dingen absolut Sinn macht. Was ich da aber eben sehr interessant finde, ist das eben weiterzudenken und tatsächlich es von der anderen Seite zu sehen, die du jetzt am Ende gesagt hast, nämlich von der Seite zu kommen, dass ich herausfinden möchte, so genau wie möglich, ob die Person das können wird, was später mal notwendig ist. Und wenn ich jetzt wieder zurückdenke an unser Einführungsbeispiel mit ja, wenn die Person dann sehr awkward ist in einem sozialen Umfeld, wenn man irgendwie ins Restaurant geht nach der Arbeit, dann ja, okay, vielleicht ist es relevant, wenn man jede Woche mit dem Team ins Restaurant geht und für die andere Teamseite das vielleicht auch awkward wird, wenn die Person halt nur im Ex sitzt, obwohl man jede Woche essen geht. Aber um das jetzt quasi sehr weit aufzumachen, was ist, wenn man einmal in der Weihnachtszeit essen geht und vielleicht einmal im Sommer einen Teamausflug macht, dann wird mich das jetzt nicht daran hindern, dass nur weil die Person sozial vielleicht nicht so erfahren ist, dass ich die dann nicht einstelle. Wenn sie, aber da kommt quasi Plus, wenn dazu kommt, dass sie aber andere Aufgaben, die ich sehr genau formuliert habe und dementsprechend kommunizieren konnte, was ich von der Person erwarte, wenn sie die erfüllt, naja, dann kann sie so awkward sein, wie sie möchte, dann wird sie ja erfüllt. Und da ist, finde ich, eben der Punkt, den du gesagt hast mit, man muss das eher von der anderen Seite aus sehen, dass da auch die Führungskraftmuster vermutlich viel, viel besser mit der HR-Abteilung diesen gemeinsamen Reflexionsprozess haben, was man denn genau möchte. Und was bei dem Artikel, glaube ich, auch nicht so richtig rausgekommen ist, dass da eben idealerweise mehrere Ebenen zusammenarbeiten, also Führungskraft und HR. Weil ich glaube, bei dem Artikel ging es mehr darum, ja, die Führungskraft sitzt halt im Jobinterview und stellt dann Fragen. Und das haben wir ja gerade festgestellt, das kann man super toll machen und ganz, ganz schlecht machen. Also das ist quasi nie das alleinige Tool oder die alleinige Methode, die ich für sowas nutzen kann. Also das finde ich eigentlich auch ganz gut, nochmal darauf hinzuweisen, dass das durchaus auch von der anderen Seite aus kommen kann. Also von den Arbeitsprozessen aus zu denken und zu evaluieren, was muss man überhaupt können.